Muli, Lorenzo Williams ist weg. Was ist passiert? Es war ein schlechtes Glück. Er lag auf dem Fuß von Nick und hat seine Ankleidung so ist er weg. Das ist ein schlechtes Glück. Und er ist weg für die ganze Saison? Das habe ich mir informiert. Es sieht aus, dass er die Saison endet. Wie komfortabel ist die Situation für dein Team? Es ist viel besser als vorher. Es gibt noch mehr Spiels zu spielen. Theoretisch sind es noch einige Dinge, die wir uns umsetzen müssen. Aber wir müssen uns umsetzen, dass wir in unsere Team glauben. Ich hoffe, dass es gut endet. Jetzt schauen wir uns auf Bonn. Bitte beschreiben Sie den Stil des Teams. Es ist ein Team mit einem tiefen Roster. 10 gute Spieler, die immer die gleichen Minuten spielen. Die zweiten 5 haben die Qualität der ersten 5. Sie spielen als Team. Sie spielen als Team. Sie haben die Qualität in jeder Position, in der sie spielen. Sie spielen mit viel Patience. Es ist ein guter Team, das in den Spielern getroffen hat. Die Qualität ist da. Und jetzt ist alles gut mit den Spielern? Es ist gut, außer Lorenzo? Ja. Die resten sind gut. Besonders kleine Sachen, die jeder Team hat. Aber die resten der Spielern spielen. Und jetzt schauen wir uns auf Ihre persönliche Situation. Ihr Konkret wird am Ende der Saison endet. Was machen Sie in der Zukunft? Will Sie zurück in Israel? Well, für sicher. Ich gehe zurück in Israel, weil es nach der Saison wird. Vielleicht ist das eine Frage, die Sie mir fragen möchten. Wenn ich zurückkomme. Ich möchte hier bleiben. Ich mag die Situation hier. Wir sehen, wie Dinge sich entwickeln. Ich denke, es ist eine gute Situation hier. Es gibt auch andere Offen von anderen Teams? Es gibt immer Offen. Aber ich möchte, wo ich glücklich bin. Jetzt bin ich hier. Und wir sehen uns, wie es endet wird.